Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 12. Dezember. Wir haben Halbzeit. In zwölf Tagen ist schon Weihnachten. Und heute mit dabei freut mich sehr, dass du heute Zeit hast. Liebe Barbie. Hi. Und der kleine Fritt. Dreieinhalb Monate bist du schon alt. Kleiner Filmstar. Ja schön. Echt cooler Filmstar. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ja, freust du dich auch schon? Ja. Wie süß. Genau. Wir haben uns heute zusammengefunden, um eben den Adventskalender mit auszupacken. Und ja, ich würde das dir gleich übergeben, wenn du möchtest. Gerne, gerne. Ich würde gerne auch den ganz großen aufmachen. Jetzt kommen meine Katzen auch vorbei. Ja, genau. Jetzt sind auch die Katzen auch schon hier. Hallo. Die wollen auch Adventskalender aufmachen. Das ist echt wirklich süß. Wir können dir auch helfen. Ja, wollt ihr? Jetzt muss ich mal schauen, ob ich bloß die Nummer 12 richtig aufmachen kann. Ja, gibst du mit einer Hand oder soll ich dir da helfen? Vielleicht kannst du mal mithelfen. Magst du helfen? Okay. Also hier, hier muss das sein. Ah, okay. Magst du mithelfen? Okay. Vielleicht wenn Kartons natürlich im Raum sind, das alles klar sind. Immer super. Darum besteht eigentlich auch unsere Wohnung nur als Kartons. Oh, okay. Dann hast du sehr gut gemacht. Geschafft, weil manche stellen sich immer ein bisschen blöde an. Und was ist es? Oh! Ein Groot! Ja! Weißt du, was witzig ist? Also ich, also... Ja, ich habe zwei Adventskalender. Also ich finde es ganz cool. Tatsächlich war der ja im anderen Adventskalender schon mit drin. Ja? Okay. Das war bei Türchen Nummer 2. Ja. Oh. Also... Hast du findest auch toll? Ja. Das heißt also, das ist nämlich eine Groot-Geldbörse. Oh! Ja. Also den habe ich jetzt zweimal. Die sind aber immer gut gebraucht. Ja, genau. Cool. Okay. Ja, nee, das war eben... Mit Nadine habe ich da das zweite... Okay, da war das gleiche Hit. Da war genau dieser Groot Adventskalender. Oh ja, okay. So, möchtest du auch helfen? Snuggles, möchtest du auch vielleicht noch das letzte... Paket auspacken? Nein, du möchtest dich draufsetzen, gell? Okay. Du wirst dich einfach präsentieren. Ja, das ist natürlich. Wie toll und schön du bist. Mhm. Ein schöner Rücken kann auch hinzücken. Okay. So. Ähm. Also wir hätten ja noch das andere Paket. Guck mal da in die Kamera. Ist das Snuggles nicht? Nein. So. Toll. Friedrich gefällt es auch sehr gut. Okay. So. Okay. Was machen wir mit diesem Paket? Magst du es auspacken oder soll ich es auspacken? Ach, ich würde dir gerne zuschauen. Ich würde es auch machen, Jule. Okay. Das ist sehr gut. Vielleicht mag man es... Nein, okay. Er macht es doch nicht mehr. Perfekt. Dann bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Es scheint sehr robust zu sein. Okay. Ich mag solche Verpackungen. Sehr schön. So. Das sind die Kassen. Oh Leute. Oh, es ist von Marvel. Oh. Ja. Also das ist ziemlich cool. Ein neues Marvel. Etwas. Und zwar... Also... Hier auch Guardians of the Galaxy. Haben wir eigentlich auch. Das ist also eigentlich ziemlich verwandt. Oh, ein Captain America. Oh. Ein Captain America. Ist da heute drin gewesen in Paket Nummer 12. Sehr cool. Es ist eine richtig tolle Actionfigur. Schön. Freut mich. Stark. Okay. Okay. Kannst du mit diesen beiden... Also du kennst die Figuren, oder? Ich kenn die Figuren. Ich kann mit ihnen durchaus umgehen. Ja. Und gerade mit ihnen. Er freut sich anscheinend sau. Ja. Freust du dich auch? Bist du auch Marvel-Fan? Oh. Guter. Guter. Captain Fritt. Captain Fritt. Ja. Also hast du auf jeden Fall einen guten Filmgeschmack. Auf jeden Fall schon mal. Freut mich. Ja. 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 Okay. Ne. Also toll. Freut mich, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass wir mitmachen durften. Ja klar. Und auch danke, dass ihr auch wieder eingeschalten habt. Habt noch einen schönen dritten Advent, oder? Ja, dritten Advent. Dritten Advent. Und wir sehen uns dann wieder morgen. Macht's das gut. Tschüss. Tschüss. Bye.